Hi und willkommen zurück bei Dios X-Mankind Divided. Mir müssen wir jetzt noch einen Praxispunkt vergeben. Ich habe mal überlegt, das glaube ich hier, ein bisschen was mit der Energie. Was ist denn das hier? Ah, da haben wir dann mehr von einer Biozelle. Ich glaube, das machen wir mal. So einen Praxispunkt kann man da mal reinstecken. Oder eigentlich auch mehr. Was ist das? Achso, ja. Gut. Dann müssen wir jetzt hier zu dem komischen Chemielabor. Aber was man noch vorher machen könnte. Wir könnten mal hier hochgehen. Was sieht jetzt hier aus? Aber hier waren wir schon. Ah, okay. Gut, ich dachte schon. Nee, ich bin mir an die von beiden Seiten gehackt. Ähm. Joa. Ähm. Ist mir hier richtig. Oh, Scheiße. Nee, ich habe nichts. Ist ganz zu laut. Ich würde sagen, das machen wir dann gerade mal. Weil denn, ähm, Unterauftrag hätte ich doch gerne erledigt. Ähm. Ähm. Genau. Da fahren wir jetzt mal hin. Dann gucken wir mal, was uns dazu erwartet. Müssen wir mal nochmal deine PDA lesen. Ja, das müsste eigentlich schon in der Mission stehen, wo man dann wo drauf achten müsse. Weil irgendwas haben sie mit Geschütztürmen erwähnt. Das wäre ja dann natürlich weniger cool. Vielleicht kann man mal hier schon. Da ist das zufällig. Sie haben irgendwas vor? Ja, ja. Ich habe was vor. Eigentlich deine Arbeit mache. Drogering Sprenge. Was ist das da, wo ich wohne? Kann das Sinn? Adams Apartment. Das ist sehr cool. Weil in das Apartment, ähm, gehen wir definitiv nur mal hin. Und einfach mal so gucken, was man hier noch, upsah. Was man da noch hacken könne. Das ist bestimmt nicht so einiges. So, was ist denn das hier? Das ist uninteressant. Na, dann müssen wir hier runter. Stimmt, irgendwas haben sie ja gesagt. Die Bank holt mal hier auch noch. Na okay, gut. Ich würde mir missen. Irgendein Problem. Junge Frau. Achtung vor Kulten. Einfache Antworten sind meistens falsch. Ja, das ziehe ich eigentlich auch so. Ähm. Diese Richtung, ja. Das ist natürlich super. In die Richtung müsste man. Oh. Ah, das ist das Geschützfeld. Ähm, ja okay. So. Kann ich das nicht aus der... Das kann ich schon nicht hacken, oder? Wow. Äh. Nein. Das war jetzt dumm. Oh. Fuck. Das ist irgendwie... Das wäre doch wohl... Wahresin. Och nee. Ärgerlich. Äh. Nein. Tür würde ich nicht schließen. Boah. Alter. Ich kriege hier die Krise. Wow. Ach das. Die bleibt nicht unendlich gehackt. Äh. Wo bin ich denn hier? Wow. Okay, das ist das hier. Oh, hier ist eine Leute. Oh, 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 oh. Alles gut. Kein einziger Grund zur Sorge. Ich bin bereit, die Chemiker rauszuführen. Das ist interessant hier. Okay, so bringt es relativ wenig. Okay, hier steht Anna. Hier läuft Anna rum. Es läuft alles wie es ist. Erinnert mich an diesen Song von Oral Cemetery. Okay. Ach so, Freak, Do Over. Oh, das ist der Kerl, wo Do gestanden hat. Oh, das ist ein anderer Paar auf meiner Ebene, du Hinde. Das ist Gary. Gucken wir mal, wir machen mal hier. Die ist denn hier? Ach, guck mal, da sind ein paar dort drin. Ich muss hier erst mal Plan überlegen. Okay, der läuft. Okay. Wir müssen mal da runter, wenn er noch seiner Tour nur Hinde ist. Okay. Hier läuft irgendeine komische Nummer. Kann ich hier nicht noch woanders stehen? Da ist er, guck mal mal. Ich will mich nicht. Ich glaube, wenn ich oben bin, dann ziehen sie mich. Nein. Na super. Na super. Na super. Hallo? Ähm, ja. was sie wollen wir genau dann was wo 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 das kann ich eher auch versuchen naja ab und zu müssen wir haben diese action marauder wenn wow so was ist mit dem wie oder nie spiele hat nichts praktische rotfülle haben wir silvat was wie schulder friedlich kann hier wohl nicht sind oder super ein geschick die machen nichts das war nur so kamera oder was nicht die wissenschaftler die machen wir wahrscheinlich wenig ja die haben alle gar nichts ist es ja so oh das ist interessant security da gehen wir mal gerne hin ok ok los und so mu gucke ähm gut amara hat so edema alles kenne in voran schützens weg im beschuss ein hu 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 ne können wir mal komplett alle gar aus zwischen du lasers weg alarm system jungs das wäre ups hier ist was oh ja oh ja natürlich gerne gut gut ich werde so einfach gewesen wenn man so nicht er gesehen gelust hätte so selten doof aber warum greifen sie uns an was hat mehr und ihnen getan tun sie nicht so überrascht ich weiß was ihr produkt mit optis macht neon musste aufmerksamkeit erregen ich habe keine ahnung wovon sie reden das hier ist ein privatlabor sie dürften gar nicht hier sein warum sollte ich nicht sofort alarm auslösen zunächst einmal weil ich viel schneller bin als sie ich schlage vor keiner von uns tut was unüberlegtes was erwarten sie von mir ich bin nur eine chemikerin hmm sie stellen etwas her das menschen tötet ich gehe erst wenn das nicht mehr möglich ist und sie werden mir dabei helfen warum sollte ich ihnen helfen menschen haben das recht sich von der welt loszulösen ihr geist und ihr körper gehören ihnen warum sollte das nicht mehr möglich sein ja versuchen wir es mal nochmal ich weiß dass neon für optis tödlich ist ich habe ihr liefersystem aufgedeckt diesen ort gefunden und bin an den wachen vorbeigekommen sie sollten mich und meine entschlossenheit nicht unterschätzen wenn sie so toll sind warum brauchen sie mich dann weil sie mehr über diesen ort wissen als ich und weil ich menschen gern eine chance gebe ich will keine chance von ihnen ich will nur dass sie mein labor verlassen das passiert erst wenn ich soweit bin das war jetzt nicht sonderlich erfolgreich ist das ding geladen stecken sie es weg was war auf dem kurztasten haben sie nicht schon genug angerichtet ich richte gleich was mit dir an hey das gehört mir ist mir scheißegal ähm multi tool will sie jetzt sollten sie nicht in irgendeinem café baristas erschießen kaffee soll auch süchtig machen ok die hat wohl gar nicht gehört ja dann äh gucken wir mal was wir hier machen können ich mach doch hier kein biozellestecker hm was könnte man hier machen hm ähm ähm so muss ich das zeich sprengen oder was kann ich denn nicht aufs maul hauen hm hm zur not du mal doch mal Gasbehälter du mal was hübschen hier noch dass wir da nur über eine Kamera drüber laufen Moment ach so hier bin ich während dem Raum ok verdammt die dort drüber war jetzt überhaupt ne kooperativ öh öh was ist denn da hinne das ne biozelle haa nice so naja können wir mal dann bei die gehen machen mhm 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 Nö, hab ich nicht vor. Ich mach doch gar nichts. Interessant, hier ist doch ziemlich viel flammbar aus Material. Ob das nicht irgendwie so eine Zeige ist? Oh Gott, ich bin unschuldig, ich schaue es. Rauchgranate, wow. Tun sie mir nicht, tun sie mir nicht. Ja, sind halt schön Zeichnung, das brauchen wir nicht mehr von euch. Ich bin unschuldig, ich schaue es. Äh, Elektroschockpistole, oh schade. Tun sie mir nicht, tun sie mir nicht. Schade, die würde ich gerne mitnehmen. Wenn ich hier ein bisschen Platz schaffe, oh nee, leider nicht. Oh ja, das ist doch schön, das sei denn da unten. Zubehörteile, Schmerzmittel, Nemba, Kreditchip. So, und jetzt da, ich kann nicht so planen, was jetzt geht. Deshalb würde ich einfach nur sagen, ich sprenge den Puff jetzt. Ich habe doch so stark die Vermutung. Egal, das ist auch wohl jemand, die Anne. Also, Gerät, ne? So. Ja. Okay, Anne, schlecht. Was ist denn da jetzt? Na je, das war jetzt nicht so beabsichtigt. Feuerlöscher. Da wollen wir sowas anderes, was explodiert denn eher? Leerer Treibstofftank, brauche ich doch gar nicht. Das, du, ist doch viel besser. Biohazard. Wenn wir mit der Chemie gehören, können wir leider nichts mehr anfangen. Die hat es leider gekostet. Ach, was soll denn das, Jungs? Ähm. So, wie kann ich denn mal Granate werfen? Das macht mal so wenig. Okay, Computer, du. Ich war in der Reihe. Ähm. Ich muss den Puff doch sprengen können. Gibt's doch nicht. Ich muss mich mal. Ich hab' eh nichts getan. Ich muss mich tun. Ein Wasserkruck, das funktioniert bestimmt nicht. Lass' die mich hin, … Das nervt. In Vollzeit, Herr Herr Kuntz. Ich bin unschuldig, ich hör'r's. Oh, nein! Nein, bitte! Funktioniert zwar nicht. Nein, bitte! Ich hab' Geld. Tutten Sie mich nicht! Tutten Sie mir nicht! Tutten Sie mir nichts! Tutten Sie mich nicht! opfer habe ich jetzt eigentlich abgebockt ruf was waren unser inventar sechs stück sechs stücken wir könnten uns sogar in die bau kommen auf geschiss das machen wir jetzt einfach und das gefühl dass die anser immer am schwierigsten zugriff gewährt so und jetzt errungenschaft neonichte aber du hast was richtig gemacht nebenmissionen jo cool jo du bist doch mal fertig okay oh gut gehen wir wieder grüß die jungs nicht so gelaufen wie immer geplant heute aber so ups ja nicht so viel schieße alles gut na na wie komme ich denn das höher zurück geht's doch nicht geht's doch nicht geht's doch nicht gerade sahen nun genau und jetzt wieder hier zurück ja erstmal herkommen einwand frei das hat mich jetzt echt mal interessiert wie das anders da auskam ja okay gut hätte man die wahrscheinlich ein bisschen bedroht dann hätte das wahrscheinlich besser funktioniert so und hier sind wir jetzt das mal in meinem apartment kann das sind der glaube an den maschinen gott wird euch frieden bringen wisst man doch eigentlich oder ärmliches apartment gut dann machst du wieder halb stunden haben würde ich so fast behaupte wir machen beim nächsten mal weiter und dann gucken wir uns hier in dem appartement ein bisschen um ich finde mal hier noch was und dann gehen wir mal zur bank und bis dahin sage ich dann bye bye